Fußball kann ganz schön wehtun, zumindest wenn sich Spieler auf Sanitäter wie diese verlassen müssen. Beim Drittligaspiel zwischen Academica de Viseu und Sanyunense in Portugal am vergangenen Sonntag wurde ein Erste-Hilfe-Einsatz zum schmerzhaften Albtraum für den Spieler. Den Zuschauern lieferten die Helfer eine Einlage, die dem Komikerpaar Laurel & Hardy alle Ehre machen würde. Am Ende fällt einer der beiden auch noch auf den Sanyunense-Spieler. Er schreit vor Schmerz auf. Besonders hart für den Verletzten, nicht nur die Krankenpfleger quälten ihn, auch seine Mannschaft verlor das Spiel am Ende 3 zu 0. Auf YouTube wurde er dafür zum Star. Mehr als 250.000 Mal wurde das Video bereits geklickt.